Servus, ich grüße dich in dieser Osterwoche. Am Freitag gedenken wir Christen an die Kreuzigung von Jesus. Beim Lesen dieser Ostergeschichte, dieser Kreuzigungsgeschichte, bin ich über die zwei Verbrecher gestoßen, die rechts und links von Jesus gekreuzigt werden. Da ist der eine, der über Jesus spottet, der selbst in seiner Todesstunde seinen ganzen Frust über das Leben, seinen ganzen Hass auf diese Welt, seine ganze Boshaftigkeit nicht in den Griff bekommt. Er hängt da zurecht, das bezeugt der andere auf der anderen Seite von Jesus. Er sagt zu ihm, hey, fürchtest du nicht einmal jetzt, Gott? Nicht einmal jetzt, wo du die ganze Konsequenz deines Lebens sehen und ertragen musst? Du bist gescheitert. Du hast es verbockt. Aber merkst du nicht, dass der hier, der neben uns hängt, noch ganz anders ist? Er flucht nicht über die, die uns peinigen. Er betet für die. Er wird selbst jetzt noch beschimpft und verspottet, aber er trägt es still und ohne Murren und Meckern. Und dann wendet er sich so zu Jesus hin und sagt zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Dieser Mann scheint kapiert zu haben. Er erkennt seine Notsituation. Im Angesicht des Todes wendet er sich zu dem, der von sich selbst sagt, das Leben zu sein. Er wendet sich zu Jesus hin. Und ich glaube, dieser Mann erkennt in dieser Situation, in dieser Stunde, dass er sein Leben irgendwie gegen die Wand gefahren hat. Er ist gescheitert, hat Fehler gemacht. Er merkt, dass er, so wie er ist, eigentlich gar nicht so gedacht war. Er ist unvollkommen. Ihm fehlt was. Und genau deshalb bittet er Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Weil er spürt, dass mit Jesus zu sein, Leben bedeutet. Jesus, denk an mich. Und Jesus wird in diesem Moment nicht nur Game Changer für die ganze Weltgeschichte, sondern für diesen Mann, der neben ihm hängt, ändert er alles. Ganz persönlich changed Jesus das Leben dieses Mannes. Jesus verspricht ihm noch heute. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Ort des Lebens. Da, wo Leben uneingeschränkt möglich ist. Leben ohne Hindernisse. Leben im Licht, im Paradies, an dem Ort, wo Beziehung mit Gott möglich ist. Den Ort, für den wir eigentlich gemacht sind. Gott hat uns gemacht, damit wir mit ihm ganz eng in Verbundenheit leben und lieben. Damit wir unser Leben, damit wir aufblühen. Dafür sind wir eigentlich geschaffen. Und Jesus sagt zu ihm, ja, noch heute wirst du mit mir an diesem Ort des Lebens sein. Leben, wie es sich Gott gedacht hat. Herr im Kreuz merkt, dieser Verbrecher plötzlich, der so neben Jesus hängt, dass ihm dieser Typ, der da hängt und irgendwie das gleiche Schicksal teilt, ihm eine neue Perspektive geben kann. Dass dieser Typ die Perspektive ändern kann. Dass dieser Jesus ein echter Game Changer ist. Ich bin kein Verbrecher. Vielleicht, ja, sogar sicher ein Lausbub. Aber so schlimm bin ich nicht wie die Typen da am Kreuz, die die Todesstrafe bekommen. Aber ich merke in meinem Leben, ich brauche diesen Jesus auch, weil ich auch Fehler habe. Ich brauche ihn, dass er für meine Fehler eintritt. Ich brauche einen Platz für meine Schuld, für meine Wunden, für meine Narben, für mein zerbrochenes Leben. Vor deinem Kreuz ruft Jesus dir und mir zu. Herzlich willkommen. Hier ist Platz. Hier ist Platz für dein Nicht-Genug-Sein. Hier ist Platz für deine Angst, deine Fehler, die sich irgendwie nicht mehr gut machen lassen. Herzlich willkommen. Ich möchte dir alles wegnehmen, was dich und andere zerstört. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, der heißt Schädelstätte. Man könnte auch sowas wie Müllhalde übersetzen oder es war damals eine Müllhalde. Wir können mit unserem Müll zu Jesus gehen und das bei ihm abladen. Dort am Kreuz ist Platz alles bei ihm zu lassen, damit es uns nicht mehr unnötig belastet. Er tauscht unseren Müll ein, damit wir leben können, frei leben können. Da, wo du ohne Gott gelebt hast, wo du gottlos warst, da möchte Jesus hineinkommen und dich mit Gott versöhnen. Gott zeigt seine ganze Liebe, indem Jesus da am Kreuz hängt. Und er sagt, ich gebe mein Leben ganz, ganz für dich. Er nimmt deine Schuld mit in den Tod und tauscht unser Leben. Tauscht unser Leben, das Zerbrochene, das Schlechte und alles, was kaputt ist, was kaputt gegangen ist und was kaputt war, nimmt er hinein mit in seinen Tod und tauscht es ein und ruft uns zu. Deine Lieblosigkeit nehme ich dir ab. Ich nehme es dir ab, was du so alles verbockt hast, wo du merkst, hey, das kann ich gar nicht selber reparieren. Die Dunkelheit deines Lebens nehme ich dir ab und tausche sie ins Licht, dass du eintreten kannst und dein Leben hell wird. Ich möchte, dass du lebst. Ich möchte dir im Paradies einen Ort bereiten. Herr, dieses Paradies, das ist nicht irgendein Ort in weiter Zukunft, sondern dieses Paradies fängt damit an, dass wir unser Leben, Jesus anvertrauen und mit ihm tauschen, all das, was uns kaputt macht. Er sagt, hey, wenn du in diese Beziehung mit mir eintrittst und heil wirst, dann fängt dieses Paradies schon jetzt auf der Erde an. Jesus steht da mit weit geöffneten Armen, ganz symbolisch und ganz bildlich und fragt dich, ob du das möchtest. Möchtest du tauschen? Möchtest du all das, was dich so kaputt macht, loslassen und auf mich werfen? Gib es mir, sagt er dir und ruf dich an und biete es dir an in dieser Situation. Du bist herzlich eingeladen, deinen Müll bei Jesus abzuladen. Du bist eingeladen, deinen Blick zu ändern, weil Jesus unser Game changed, weil unser Lebensgame changed. Und wir sind eingeladen, uns in diesem Jesus festzumachen. Festzumachen an seinem Kreuz und sagen, ja Jesus, ich will, ich will tauschen, ich will heil werden. Ich will das, was du mir versprichst, das will ich in Anspruch nehmen. Jesus lädt uns ein zu tauschen. Wie geht es dir mit dieser Einladung? Bist du bereit, deinen Müll einzutauschen gegen Heil, heil werden, gegen echtes Leben, Leben schon hier und jetzt? Ich wünsche dir echt gesegnete Ostertage, in denen die Botschaft von Kreuz und Auferstehung ganz neu und real in deinem Leben wird. In diesem Sinne, tausch dein Müll ein. Bleib gesund. Gott mit dir. Mach's gut. Ciao. Gott mit dir.